Ach du Scheiße Jetzt, jetzt, jetzt hab ich mir aber jetzt schon gar nicht ein bisschen Sorgen gemacht Bist du Teppert? Nicht, dass der eine sinkt oder was auch immer Komm, da soll jetzt mal was... Eine Scheiß Rakete oder nur Pistolen Geh, komm Irgendwas geiles einmal Ah, das sieht jetzt schon schon geil aus So könnte ich mir eher so das Finale vorstellen von dem Spiel, aber sonst Finde ich schon mal geil designt Ohne Spaß Für mich ist das irgendwie so das Finale im Flair, aber das kann ja jetzt nicht schon die Story Geschichte gewesen sein, also das Ende Da müssen schon noch etliche Sachen kommen Wie etc und so Allein schon Der nächste Schlüssel Der nächste Grab und alles drum und dran Und wir sind jetzt Level 21 Das tut nichts neigst Na gut, ja, dann verkaufen wir einfach Ja, 8000 ist stabil Oh, wie viel... Munition auffüllen 2800 Leck mich am Arsch So viel hab ich gebraucht zum Verkaufen hier Na fix nicht Ist das geil Was? Geil Geil, 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 ich hab's ja gewusst Lass das Blut fließen Okay Okay Das ist leicht, das ist gut Fuck Wieso, wieso... Oh, das ist... Wait, der spielt auch noch Scharfschütze hier Was ist da los? Fuck Was? Was? Der kann da einfach durchschillt Wait, der durchschillt durch Leckt mich fett What the fuck Einfach durch Ist ja nicht normal, der schillt einfach durch Der Paddel Wie fühlt sich dann letztendlich aus? Supas Ist das auch ein Wecker Das sind alle, die mir... Oh Oh, ja, so ist geil So kann er ruhig mehr gehen Also wieder doppelt Ah, okay, komm Warte, jetzt ist... Oh fuck Äh, hi Was ist da los? Äh, ich wüs gar nicht wissen Äh, Hauptsache es hat mich nicht verletzt Du bist wichtig, oder? Das ist definitiv wichtig Oh, da wüsst du nicht so Da darfst du es dann einteilen No, 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 no Da lasst du hier Ein Wien Ach so, sind die Typen dann wieder weg nach der Zeit? Weil ich hab sie nicht abkriegt Vielleicht die Zero war es Vielleicht kämpfst du ja doch Wien und wieder mal mit Ich glaube jetzt war eher weniger, aber Ist schon gut so Ist schon gut so Wenn der sich dann halt die ganze Zeit das Deppert bewegen würde Das ist ganz chillig hier Du brauchst doch nicht jedes Scharfschützen quer hier gegen den Gegner hier Jetzt macht das Oh, ey Da sieht er wieder so ein Schild und alles Na bitte nass Ah ja, er verfolgt mich schon wieder Amol Wie eine kleine dreckige Pussy Weg von mir, weg Geil Oh, der Spaß Wie eine kleine Pussy Ja, Wahnsinn So, will er mich Oh, ey Danke Kuhn Nein, schon wieder Jedes Mal Jedes Mal Ist das so Was ist denn da los mit dem? Also, da muss ja auch ordentlich ein Pussy sein hier Ha, ha, ha Hauptsache, kriegt Jetzt mal wurscht, ob man da weiter drauf geht Amol Und der Wichtige von ihr natürlich wird er die ganze Zeit wieder nur versteckt Ha, 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 ha Aber voll ein Wiesi Alter, damit den einmal der Wiesch gescheit Komm, 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 komm Sein Scheisschild Das ist ja nicht normal Sein Scheisschild da Also, das Gute ist wenigstens daran, er geht wenigstens nicht so schwer mehr Das ist wirklich was Positives Oh, hab ich? Nein, hab ich ihn Passt Aber er kommt eh schon Kommt eh schon Schraub Wo? Wo ist denn der Paddle? Wo ist denn der Paddle? Schon wieder? Oh, Alter Schon wieder? Na, hat sich noch nicht aufgeteilt Hat sich noch nicht aufgeteilt Hat sich noch nicht aufgeteilt Der springt schon wieder von A nach B wahrscheinlich Ja, genau Dick sogar Das ist jetzt ein neuer Trick die ganze Zeit nur Scheissgranaten werfen oder was? Ja, Leute Jetzt kann er sich aber sporen Jetzt kann er sich sporen Jetzt kann er sich sporen Na dann, Leute Da kann er nicht mehr gehen So So Perfekt 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 Jetzt fehlt uns eigentlich eh nicht mehr so viel, gell? Viel fehlt uns immer Super, da waren wir definitiv so langsam Boah Boah Oh Der hinter uns ist auch Der hinter uns Mach mal kurz den hier Vielleicht war er ihn da nicht Hahaha Ah, jetzt ist er Boah Boah, das ist was doppelt gemoppelt Das ist jetzt sein können Boah Ich hab für's war jetzt gar doppelt gemoppelt Das hat zwar wirklich geschehen aber Trotter nicht gemacht Aber doppelt gemoppelt Boah Boah Das ist geile Stücke Ich will sogar noch sagen Zwei Mal noch Zwei Mal noch Zwei Mal noch Den Wichser Gar nicht einmal mehr Pum Ui So Perfekt Wir haben ihn Ah Aber das war schon cool Na noch nicht Na komm Wo ist er Wo ist er Jetzt mach das ganz ernst Oder was? Ich bin zu hohe Zwei Mal noch Schreie gegangen Hahaha Ah Oh Ich wollte schon sagen Last Loot drop was ist denn das überhaupt? Was soll man denn alles zu schießen? So, was ist denn das überhaupt? Oh ja, das wüsste ich gerne. Wir können sowieso auch alles nehmen und es dann eigentlich ja sowieso wieder verkaufen. Perfekt! Boah, geil! Ja, du musst eh nur da ganz kurz noch die ganzen Kisten da wirken, ne? Damit wir da auch wirklich alles haben, weil jetzt haben wir natürlich eh schon wieder viel ausgegeben an Munition und wir wieder keine 2000 ausgeben, das ist mir sowieso das Geld nicht wert, aber sowieso überhaupt nicht, weil wir haben da kein Geldscheiß am Start. Aber war ein netter Kampf, aber war nicht herausfordernd, aber war gut, war gut. Ja, okay, wenn es dann eher ein bisschen aufpasst und so, weil du durch das, durch, bei dem ein Gegner, was wir da gehabt haben, wo ich sogar ein paar Mal gestorben bin, der war eine Herausforderung, der hat Vicky Waski, also der hat es wirklich, wirklich drauf gehabt, aber sonst, da, der hat eigentlich ganz gechillt, der Gegner, ganz gechillt, gleich beim ersten Mal voll gut gemacht, Kamerjäger, danke, dass du meinen Bruder gerettet hast. Dieser Spinner ist erledigt. Zero, ich dachte schon, du hättest uns verraten. Ich war auf der Jagd, durfte mich nicht verraten. Da war Funkstille. Wie schon sagte Zero, ich habe dir die ganze Zeit über voll vertraut und es war absolut gerechtfertigt. Was dich betrifft, Kamerjäger, dir habe ich alles zu verdanken. Du hast deinen Frontalangriff gegen mein Unternehmen abgedehrt, es gerettet und meinen irren Geschäfts-Stocker ausgeschaltet. Aber bevor ich dir dieses Schlüsselfragment gebe, habe ich noch eine letzte Frage. Nein. Oh, ey. Steht mir dieser Schnäuze oder was? Oh, ja, fix. Ähm, ich bin ja schon groß. Ich habe mich schon daran gewöhnt. Ja, ich habe mich schon daran gewöhnt. Seine Herrlichkeit ist unerreicht. Sein glänzendes Antlitz erhaben. Die Sterne im Himmel verblassen gegen das strahlende Leuchten auf deinem Gesicht. Er ist ziemlich cool. Ach du Scheiße, der ist heftiger drauf als wie ich bei meiner alten Alter, wenn ich sie. Wenn ich da ein bisschen bohren tue, bist du teppert. Ich werde mich daran erinnern. Bitte sehr, ein Kammerschlüsselfragment, wie versprochen. Alter, von dem glaube ich kann ich noch was lernen. Scheiße, die Wandern. Sehr gut, das ist das dritte und letzte Kammerschlüsselfragment. Bring es zu mir auf die Sanctuary, dann setze ich den Schlüssel zusammen.